hier übelst geil ich habe zum ersten mal bei call of duty cold war den battle pass gekauft und guckt euch mal die waffe an alter und den skin übelst geil gefällt mir richtig gefällt mir richtig ja auf jeden fall auf jeden fall ist ja ich habe euch doch gezeigt ich mein laptop auseinander legen musste weil das touchpad wasser gezogen hat es ist nicht bloß das touchpad was nicht mehr geht sondern auch die tastatur leide gottes also guck kann ich jetzt hier die windows drücken passiert nichts und da habe ich jetzt mein laptop geht ja noch mein laptop geht ja noch und ich weiß nicht wenn ich eine ganz zu legen würde würde ich da wieder zusammenbauen können aber das ist mir im moment zu heikel solange ich keinen anderen computer habe auf den ich mich verlassen kann habe ich das erst mal so gemacht ich habe jetzt erst mal eine usb-taste gekauft funktioniert einmal frei und das ist sowieso eine usb maus dran also ich habe an funktionierenden laptop aber musste halt eine tastatur kaufen und die oben drauf stellen das geile ist ja die funktastatur die kann ich überall hinstellen wo ich will ja komm rein optimal die kann ich mir vorstellen und so eine schöne tippen aber so im regelfall vor allem hat das seht ihr das das gleiche layout wie die originale laptop kostet vor also sie ist genauso breit und versteckt ja einfach da oben drauf und fertig bin ich und da funktioniert das auch ja also welchen dem video wo ich neulich gezeigt obwohl ich mein laptop was noch gelegt habe ja das ist im moment dass die quinnessenz davon